Mark saft Helle, Jesus kommt nicht für Sünder zurück. Er kommt für Heilige zurück. Ich finde es traurig, wie viele Christen die Lüge von der fortwährenden Sünde glauben, selbst nachdem sie zu Christus gekommen sind. Das ist eine falsche Lehre, die größtenteils auf einer verdrehten Auslegung von Römer Kapitel 7 beruht. Denn viele haben es aus dem Kontext der Kapitel 6 und 8 herausgenommen. Der Glaube einmal gerettet, immer gerettet läuft parallel zum Glauben einmal ein Sünder, immer ein Sünder. Beide widersprechen der Heiligen Schrift ganz klar. Und weil die Kirche die Beschneidung Christi durch das Ablegen der alten fleischlichen Natur in der Wassertaufe zu einem Symbol verkümmert hat, hat sie das Wort Gottes für diejenigen unwirksam gemacht, die sie verführt. Die Wassertaufe ist die Art und Weise, in der uns befohlen wird, den alten Menschen zu begraben und die Vergangenheit abzuwaschen. Die Christen kämpfen weiterhin in ihrer Sünde, weil sie den Geist der Wahrheit in der Heiligen Schrift weiterhin ablehnen. Und viele werden nicht bereit sein, bis zum Ende durchzuhalten, geschweige denn, bei der Wiederkunft Christi nach Gottes Wohlgefallen gefunden zu werden. Johannes 8 Uhr 34 36 NKJV Jesus antwortete ihnen, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, ist ein Sklaver der Sünde, 35, und ein Sklave bleibt nicht ewig im Haus, ein Sohn aber bleibt ewig, 36, wenn nun der Sohn euch frei macht, so seid ihr wirklich frei. Freiformt was? Der Sünde. Jesus ist nicht gekommen, um uns vor der Hölle zu retten. Er kam, um uns vor der Sünde zu retten. Und das rettet uns vor Tod und Hölle. Römer 6 Uhr 22 NKJV Da ihr nun aber von der Sünde befreit und Gottes Sklaven geworden seid, so habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit und das Ende zum ewigen Leben. Johannes 3 zu 6,89 NKJV Wer in ihm bleibt, so indikt nicht. Wer so indikt, hat ihn weder gesehen noch erkannt. 8 Wer so indikt, ist vom Teufel, denn der Teufel hat von Anfang an gesundigt. Dazu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels zerstöre. 9 Wer aus Gott geboren ist, der Sohn liegt nicht, denn sein Samme bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Viele Christen haben den Samen Gottes, den Heiligen Geist, nicht in sich wohnen. Weil ihnen beigebracht wurde, dass dies automatisch mit dem Gebet des Sünders geschieht. Und sie haben die Erfahrung echter Buße nicht gemacht. Johannes 5,18 NKJV Wir wissen, dass, wer aus Gott geboren ist, nicht so indikt. Wer aber aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst, und der Böse rührt ihn nicht an. Niemand kann sich selbst bewahren, außer durch den Heiligen Geist. Dies sind nur einige von vielen Bibelstellen, die deutlich sagen, dass wir frei von Sünde leben können. Das bedeutet nicht, dass wir niemals sündigen können. Es bedeutet, dass wir einen Fürsprecher haben, wenn ein Mensch so indikt. Johannes 2,1 NKJV Meine El, eben Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht so indikt. Und wenn jemand so indikt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Wenn sie ein Christ sind, der in vorsätzlicher Dauersünde lebt, dann sind sie in großer Gefahr. Sie sind in Schwierigkeiten. Jesus kommt nicht für Sünder zurück. Er kommt für Heilige zurück. Für eine triumphierende Braut ohne Flicken oder Runzeln oder dergleichen. Hebräer 9 Uhr 28 AMPC So wird auch Christus, nachdem er geopfert worden ist, um die Sünden vieler ein für allemal auf sich zu nehmen und zu tragen, ein zweites Mal erscheinen, nicht um irgendeine Sündenlast zu tragen oder mit der Sünde fertig zu werden, sondern um die, die auf ihn warten und ihn geduldig erwarten, zur vollen Erlösung zu bringen. Tun Sie Busse und lassen Sie sich auf Christus taufen. Empfangen Sie den Heiligen Geist, wie es in der Heiligen Schrift steht. Und sei bereit für die Ankunft deines Herrn. Untertitelung des ZDF, 2020